Cholesterin – gesunde Werte erreichen Lernen Sie über die Bedeutung gesunder Cholesterinwerte. Warum ist es wichtig, über Cholesterin Bescheid zu wissen? Cholesterin im Körper ist notwendig. Cholesterin ist ein wichtiger Baustein jeder Körperzelle und es spielt eine wichtige Rolle bei vielen Körperfunktionen. Sind bestimmte Arten von Cholesterin jedoch zu hoch, kann dies zu Gesundheitsproblemen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Sehen wir uns zunächst an, was Cholesterin wirklich ist. Es ist ein in Ihrem Körper vorkommender, fettähnlicher Stoff. Ein Großteil des Cholesterins in Ihrem Blut wird in Ihrem Körper produziert. Der Rest wird mit der Nahrung aufgenommen. Ihr Arzt spricht möglicherweise über drei verschiedene Arten von Fetten, die im Blutkreislauf vorhanden sind. LDL oder schlechtes Cholesterin, HDL oder gutes Cholesterin und Triglyceride. Warum wird LDL-Cholesterin auch schlechtes Cholesterin genannt, falls es zu viel davon gibt, kann es sich ansammeln und Ihre Arterien verstopfen. HDL-Cholesterin wird auch gutes Cholesterin genannt. Es wird so genannt, weil es hilft, vom LDL zurückgelassenes Cholesterin zu entfernen. Triglyceride sind eine andere Art von Fett. Das meiste Fett aus der Nahrung und im Körper besteht aus Triglyceriden. Wenn Sie etwas essen, werden die nicht verbrauchten Kalorien in Triglyceride umgewandelt und im Fettgewebe gespeichert. Man spricht von ungesunden Cholesterinwerten, wenn die LDL-Werte hoch und die HDL-Werte niedrig sind. Hohe Triglyceridwerte sind ebenfalls ungesund. Mit der Zeit können ungesunde Mengen von diesen fetten Ablagerungen in den Arterien verursachen. Wenn Cholesterin in den Arterien abgelagert wird und sich verhärtet, spricht man von Plagg. Wenn sich Plags in den Arterien vergrößern, kann dies den Blutdurchfluss verringern. Plags können aufbrechen und zur Bildung von Blutgerinnseln in den Arterien führen, was den Blutdurchfluss noch weiter behindern kann. Wenn sich Plags in einer Herzarterie bilden, kann dies zu einem Herzinfarkt führen. Wenn dies in einer Hirnarterie vorkommt, kann es zu einem Schlaganfall kommen. Plags in Arterien in anderen Bereichen des Körpers, wie etwa den Nieren und Beinen, können ebenfalls gefährlich sein. Nachdem Sie jetzt wissen, was Cholesterin ist und warum es gefährlich sein kann, untersuchen wir, wo es herkommt und was Sie dagegen tun können. Eine Quelle von Cholesterin ist Ihre Ernährung. Beim Essen nimmt der Körper Cholesterin und Triglyceride auf und erlaubt Ihnen, ins Blut einzutreten. Die andere Quelle von Cholesterin ist Ihr eigener Körper. Alle Zellen produzieren Cholesterin. Die Höhe der Cholesterinwerte in Ihrem Blut kann vererblich sein. Sowohl das Cholesterin aus der Ernährung als auch das körpereigene Cholesterin können zu ungesunden Cholesterinwerten beitragen. Für gesunde Cholesterinwerte ist eine gesunde Ernährung wichtig. Genauso wichtig sind körperliche Aktivität, Gewichtskontrolle und der Verzicht auf Rauchen. Zusätzlich zu all diesen Maßnahmen empfiehlt Ihr Arzt Ihnen möglicherweise die Einnahme von Medikamenten, die helfen, gesunde Cholesterinwerte zu erreichen. Die verschiedenen Arzneimittel wirken auf unterschiedliche Weise. Einige hemmen die körpereigene Cholesterinproduktion. Andere senken die Aufnahme von Cholesterin aus der Nahrung. Beide Wirkungen können den Wert des LDL-Cholesterins in Ihrem Blut verringern. Manche Medikamente können zusammen mit gesunder Ernährung, körperlicher Aktivität und Einstellung des Rauchens das gute Cholesterin erhöhen und zugleich das schlechte Cholesterin und die Triglyceride senken. Nur Ihr Arzt kann entscheiden, welche Medikamente zusätzlich zu einer gesunden Ernährung und körperlicher Aktivität für Sie in Frage kommen. Der nächste Schritt besteht darin, mit Ihrem Arzt zu reden. Ihr Arzt wird einen Plan zur Einstellung Ihrer LDL-, HDL- und Triglyceridwerte entwickeln und die für Sie geeignete Behandlung festlegen.